Fehlpass von Felber, Diarra, Abschlussmöglichkeit und da ist der Ball im Tor. Das ist eiskalt gemacht, ein Fehlpass da am eigenen 16 Meter Raum und dann klingelt es 10. Minute 1-0 Liefering. Super Einstand für Diarra, der seinen ersten Startelf-Einsatz krönt mit dem Tor und da sieht man, was für Qualität der Mann hat. Ausgangspunkt aber, der Fehlpass in der Vorwärtsbewegung. Ja und dann zu langsames Rausrücken und dann wird nicht attackiert, obwohl man Überzahl hat am 16er, hat man sich nicht entscheiden können. Und dann macht Diarra den Haken und schließt eiskalt an. Na da kommt Okungbova zu spät, dann sind auch die Innenverteidiger nicht.